Hallo Uwe, wie geht's? Ich hoffe alles ist in Ordnung in deinem Kopf, was du hast gefunden, über deinen Körper, mit den XXY Chromosomes, das ist absolut hart Information, ich bin 13 Jahren verstanden, dass ich bin XXY, so ich hatte viel, viel Zeit für Überdenken über meine Situation, es ist nicht ein Problem, es ist nur eine Situation und wenn du mich nicht verstanden bist, bitte, bitte sagen mit mir in deinem Gute genug Englisch, okay, oder in deinem Deutsch, weil ich kann sprechen mit meinen deutschen Leuten, für, ähm, erklären, was du hast gesagt in Deutsch, okay, aber ich denke Deutsch ist vielleicht besser jetzt, ähm, so nicht Entschuldigung dir für dein Englisch, ich muss Entschuldigung mich für meine, meine Deutsch, okay, ähm, ähm, der Punkt hier ist, dass, ähm, ja, haben Vertrauen, ähm, dass es gibt der Leute, wenig Leute, das ist klar, aber du hast nicht genug Vertrauen in dich, in dein Herz, in deinem Kopf, in deine Fühlung, oder in dein Gott, ich weiß nicht, was ist los mit Gott für dich, aber ist egal jetzt der Gott, der Punkt für, für haben Vertrauen mit Gott ist, dass du musst haben Vertrauen mit, 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 mit selber erst, ohne Vertrauen für selber, denn warum kannst du sagen, es gibt der etwas in der Luft, in der Himmel, you know, aber das ist ein kontroversial Punkt, aber das ist was ich denke, okay, ähm, that you need to have trust in yourself before you can trust in Gott, but this is not the reason I'm doing the video, okay, hier ist der Punkt, bitte haben Vertrauen in mich, weil ich verstanden, was ist los ohne Testosteron und mit Testosteron, ich verstanden, was ist los und was war los mit mir und nicht so mit dir, das ist klar, ich kenne nicht dir, noch nicht, aber ich hoffe, ich hoffe auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir können sprechen zusammen mehr in der Zukunft und dann, äh, vielleicht, ähm, du kannst sagen und denken, oh yeah, mit Govan, ja, ich verstehe ihn ein bisschen auch, yeah, no, wir können nicht reden immer, ich kann nicht helfen, helfen immer, aber wenn ich kann helfen dir ein bisschen, das ist besser als nicht, ähm, und auch, du kannst hilf mir mit was du weißt und was, äh, like, wieso du hast Arbeit und kann haben deine Arbeit, wenn du kannst haben Arbeit, jeden Tag gehen nach Arbeit, das ist dieselbe als die Freundschaft mit einem Mensch, you know, mit Arbeit, mit einem Mensch, das ist dieselbe, ne, nein, ähm, ein, ich meine, es ist ein anderer, ja, aber das ist, äh, auch ein bisschen dieselbe Situation, die beiden Dinge, ähm, ähm, ich hatte viele Probleme, viele Probleme, mit Aggression, mit Freundschaft, mit meiner Mutter und Vater, ähm, 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 mit Familie, mit, mit, mit so vielen Dingen, ähm, ich dachte, früher als ich kam hier für diese Weihnachten, ähm, Party, ich dachte, oh mein Gott, das wird so hart für mich, aber, jedes, jedes Mal, das ist besser, mein Kopf, mein Herz, meine Fühlung, meine, meine Vertrauen, ähm, ja, so, you know, wir müssen nicht sein Freunde, aber wir können versuchen, ähm, sprechen zusammen, ähm, manchmal, und, ähm, ich habe gesagt in einem private message für dich hier, aber, das geht nicht, da, 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 da war ein Fehler, ich weiß nicht, was der Fehler war, aber das war ein Fehler, ähm, die, ähm, meine Message für dich war, dass, äh, äh, was war das, was war das, mein Kopf, pfff, äh, ja, well, just, das, you know, wir sind nicht dieselbe Mann, ähm, und, äh, aber ich denke, du hast die gleiche Meinung, in der Kopf, ähm, und die Meinung, äh, manchmal, ne, und, äh, das ist sexisch, by the way, na, no, 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 ähm, ja, ähm, ja, ähm, you know, das ist hart, Mann, wenn du finden, dass, äh, du bist nicht normal, ja, mit den XXY-Chromosomen, ähm, cause viele andere Menschen haben, äh, XY-Chromosoms und XX-Chromosoms, und alle Leute wissen, was ist los mit den XY- und die XX-Chromosoms, diese Leute haben keine Ahnung, dass es gibt der XXY-Chromosoms und dann andere Leute, now, du hast gesagt, du bist ein Mann, okay, but was sehst du hier, was sehst du hier mit mir, auch ein Mann, hey, ich bin, ich seh da auch so ein Mann, das ist absolut auf jeden Fall klar, und, ähm, ich habe meine Benetton, ähm, Kleid, ja, ha, 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 ähm, aber ich habe auch Hosen an, ähm, und, äh, you know, fast alles, was ich habe für Kleidung, ist, ähm, Männerkleidung, aber ich persönlich liebe, ähm, Kleidung, und für mich, das ist scheißegal, wenn ich habe Frauen, Frauen- oder Männer, äh, Kleidung, für mich, das ist Kleidung, und Kleidung für alle Leute, ähm, auch für dich, meine neue Kumpel, wenn du willst sein, meine Kumpel, du bist meine Kumpel, das ist wie Paula, Paula loves it, und sie ist ein, ähm, ein Mensch, das liebe, ähm, Frauenkleidung, aber wenn du siehst, äh, Paula mit, äh, mit, ähm, die Fotos von, ähm, her Leben, äh, denn, denn du siehst, dass, you know, Paula war, äh, ist, und technischerweise ist ein, ein Mann, ähm, aber nicht ein Mann, weil ich bin nicht ein Mann auch, weißt du, weißt du das, kannst du ein bisschen verstanden, dass, wenn du siehst, Paula, äh, Paula loves it, ähm, 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 wenn du siehst, sie, oder, ihn, oder, ihr, oder, was, das, you know, was ist das, was ist ihr, was ist sie, was ist das, was ist ihm, oh, you know, Entschuldigung für meine scheiße Wörter, wie scheiße, wie scheißegal, okay, Arschlag, Entschuldigung für das, aber, it's, 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 äh, ein paar, I know that, oh god, what's important, wistisch, es ist wistisch, man, es scheißegal, dass du denkst, du bist ein Mann, scheißegal, dass du fühlst, dass du bist ein Mann, scheißegal, wenn wir sind nicht Freunde, scheißegal, was ist nicht scheißegal, ist, dass du fühlst dir gut in dich, und wirklich, at the end of the day, we need to say to people, I'm sorry, but I am me, and there's nothing I want to do about that, and there's nothing I can do about that, and there's only something you, you people, can do about that, and you except me, maybe don't do it like this, because it's a bit aggressive, but just go, come on me, I'm me, let me be me, you know, whatever you need to do, oh sorry, Deutsch, hoffentlich du hast verstanden, Alistair, okay, man, jetzt wistisch, dass du kommst, mehr, und kommend, bitte, wuwe, weil, es gibt ja nicht so viele XXY-Leute hier, aber es gibt ja Leute auch, dass sie nicht wie mich, so, wenn du magst nicht mich, in der Zukunft, oder jetzt, oder was, ich hab's gesagt, weil, you know, XXY-Leute sind sensible, okay, sensible, und wenn ein XXY-Kleinfelder-Syndrom, Mann oder Frau, sagen, dass diese Leute sind nicht sensible, denn, was ich sage für das ist, dass diese Leute sind Schauspieler, Schauspieler, okay, weil alle Leute, und viele Leute in dieser Welt sind sensible, okay, wenn du fühlst zu sensibel, bitte, sagen mit mir ein Private Message, und versuchen, ähm, sprechen, was du willst mit mir, ich bin offenen, offenen Buch, für dich und für mich.